Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner, Steiner konnte nicht mehr. Nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das war ein Befehl! Das war ein Befehl! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen! Sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich stand Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als fischlichen Widerstand weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Sie wurden ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, dann öffnen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schesserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss! Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen! Von woher kommt der Bischof? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung! Ich spreche gerade mit Koller! Koller! Geben Sie mir Koller! Koller! Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein! Ja, sagen Sie! Hören Sie den Bischofs nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder! Welche Aufregung in der Stadt! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben! Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder! Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer! Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobunk ermeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt! Die russische Batterie ist beim Marzahn in Stellung gegangen! Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Stadtgang! Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen! Das heißt unerhört! Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vorm Stadtgang! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer! Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder! Ach, Unsinn!